Hallo, ich bin's, der Ben, a.k.a. Mall Cosplay, a.k.a. Arthur Morgan. Schöne Grüße aus Valentine übrigens hier. Okay, ist in Nebraska. Aber darum geht's gerade nicht. Ich wollte euch nur schnell sagen, dass wir uns im Juli auf der German Comic Con in Dortmund sehen. Ich werde nämlich da hinkommen. Ich hoffe, ihr alle höchst zahlreich dann auch. Dann unterhalten wir uns ein bisschen, haben ein bisschen Fotos. Das Übliche. Ich komme übrigens auch im Dezember zur German Comic Con in Dortmund. Aber jetzt geht's erstmal um den Juli. Ja, das war's eigentlich schon. Wollte ich nur schnell sagen, ich gehe noch ein bisschen weiter die Gegend hier erkunden. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Bye.